In diesem Teil des Tutorials werden wir den Unterkörper gestalten, das bedeutet die Oberschenkel und die Unterschenkel und wie wir das Ganze einigermaßen anpassen an den Oberkörper, damit wir es in einem späteren Teil miteinander verbinden können. Viel Spaß beim Scalping des Unterkörpers. Wir haben wieder unsere grobe Form von unserem Bein angezeichnet und werden jetzt mit einer UV-Sphere, die wir ein kleines bisschen grober machen, eine grobe Form dazu setzen, dass wir hier einen kleinen Loop-Cut rein und die untere Hälfte markieren, die Länge ziehen und dann mit STRG R noch ein paar Loop-Cuts reinziehen und mit dem Scrollrad hoch, bis wir ungefähr gleichmäßige Flächen haben. Wir schieben das Ganze einfach so mal grob in die Form, ein bisschen in die Länge. Wichtig ist, bevor ihr zum Scalpen anfangt, müsst ihr Location und Scale apply, damit das Ganze ordentlich funktioniert. Ich habe in der Vorder- und in der Seitenansicht mir ein paar Notizen gemacht, einfach mit dem Annotation-Tool, wie das Ganze ungefähr aussehen soll von der Form. Das ist allerdings nur ein grober Richtwert. Ich werde mich gegen Ende des Tutorials auch wieder davon abweisen. Wir haben mit dem Grab Brush die Möglichkeit, das Ganze noch so ein bisschen in die richtige Richtung zu ziehen. Dabei ist es jetzt erstmal egal, ob unser Mesh dadurch stark verzogen ist. Wir werden wieder mit der Remesh-Methode arbeiten. Das Einzige, was diesmal ein bisschen anders ist, es kommen ein paar neue Tools dazu, die ich euch dann bei der richtigen Gelegenheit noch erkläre. Unter anderem werden wir die Claystrip Brush verwenden, dann noch die Scrape Brush Methode. Ansonsten Draw und natürlich unser Grab Brush. Eine der wichtigsten Methoden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr ein Zeichentablet nutzt und das bei euch einfach viel leichter ist als mit der Maus. Ich muss sagen, ich werde das ganze Tutorial mit der Maus durchziehen und habe bisher auch keine großartigen Einschränkungen dadurch erlebt. Sobald das einigermaßen in Form ist, habe ich das Ganze noch gesmoothed, dass es wieder ein bisschen dünner wird. Allerdings gleichmäßig, dass es in jeder Richtung dünner wird. Einfach damit wir jetzt mit Claystrips Material auftragen können. Ihr könnt aber auch die Form gleichlasten und dann mit abwechselnd negativen und positiven Brush arbeiten, damit ihr die Form beibehaltet. Wenn ihr einfach nur auf die ursprüngliche Form jetzt mit Claystrips auftragt, dann habt ihr das Problem, dass eure Form einfach gigantisch groß wird und ihr sie mit dem Grab Brush wieder klein ziehen müsst. Von daher gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich dazu entschieden, eben alles einmal in die richtige Form zu bringen, dann gleichmäßig kleiner zu machen, um jetzt mit dem Claystrips Brush aufzutragen. Die Stärke ein bisschen runtergesetzt, falls sie bei euch komplett hoch ist, auf jeden Fall ein Stück runter setzen und immer wieder mit der Remesh-Methode versuchen, das relativ zerstörte oder gedehnte Mesh wieder anzupassen. Was ihr hier seht, könnt ihr euch auch noch ein bisschen langsamer abspielen. Das sind grobe Formen, die ich einfach vorzeichne. Vorzeichne, das sind die wichtigsten Muskeln, dass die passen. Sollte euch beim Claystrip Brush sowas passieren, liegt daran, dass die Flächen zu nah aneinander sind und dann zieht es die so zusammen. In dem Fall einfach mit dem Smooth Brush arbeiten und sollten Flächen zu nah zueinander sein für den Claystrip, dann verwendet einfach den Draw und dort könnt ihr auch noch die Steilheit eures Pinsels anpassen, dass er eher wie ein Claystrip Brush arbeitet. Aber der ist auf die Normals besser ausgelegt als der Claystrip. Ich werde da auch nochmal bei Gelegenheit ein Tutorial dazu machen, wie man die Pinsel noch ein bisschen besser einstellt. Für dieses Tutorial reicht es aber völlig aus, wenn ihr alles auf Standard lasst. Nachdem wir die groben Formen von den Muskeln schon mal angezeichnet haben, können wir das jetzt ein bisschen verfeinern. Achtet da ganz stark auf eure Referenzmaterialien, dass die immer im Vordergrund sind. PureRef kann ich euch empfehlen, ich verlinke es euch mal rechts oben nochmal, da habe ich ein Tutorial dazu gemacht, in dem ich es erwähnt habe, wie wichtig Referenzen sind und vor allem PureRef als meiner Meinung nach das führende Programm für Referenzen. Ich konnte leider meine Referenzen nicht einblenden, ich habe die Rechte nicht daran und wenn ich dieses Video hier als Copyright frei hochladen möchte, dann darf ich keine Inhalte von jemand anderem zeigen, die geschützt sind. Als Referenz sind sie natürlich völlig in Ordnung, darf jeder sich anschauen und abgucken, aber im Video darf ich es nicht zeigen. Wir haben hier jetzt ganz stark diese drei Muskeln vom Oberschenkel. Der eine, der ein bisschen unterliegend ist zwischen dem linken und dem rechten und einer wird der innenliegende, wird weiter nach unten zeigen. Das ist auch bei der Wade so, das innere Paket, die Wade ist zweigeteilt, das, was Körper innen ist, zeigt auch weiter nach unten Richtung Boden als das rechte Paket, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Einfach immer weiter mit dem Drawbrush und mit dem Claystrip, auch mit einem Negativdraw, wie in diesem Fall, einfach die Formen etwas weiter ausarbeiten. Falls ihr meint, das gilt jetzt nur für diese Bodybuilder-Figuren, wie ich sie jetzt habe, mit diesen extrem großen Muskeln. Ich empfehle euch dennoch, diese Muskeln erst pur zu scalpen, einfach damit die Beulen an der richtigen Stelle sind, blöd gesagt. Wenn ihr mit den Muskeln beginnt, dann macht ihr euch später das Leben einfach leichter. Hier an den Seiten noch ein bisschen auftragen und eine Abtrennung zum Beinbizeps, zum Oberschenkelbeuger. Das ist ganz wichtig, dass wir den nochmal ein bisschen absetzen. Hier können wir nochmal ein bisschen Material auftragen, damit später die Proportionen ein bisschen leichter für unser Auge erkennbar sind. Vorne noch ein bisschen glätten und nochmal ein bisschen in die Tiefe rein. Das ist immer so ein Vorgang, auftragen, glätten, vertiefen, auftragen und dann mit dem Grabbrush nochmal in die richtige Richtung ziehen, falls es überhaupt nicht dort war, wo wir es hinwollen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, macht erst eure Muskeln. Ob die jetzt perfekt an der richtigen Stelle sind, ist erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ihr einfach diese segmentierten Pakete an Muskeln habt und danach könnt ihr sie immer noch in die richtige Richtung ziehen. Ich werde die wahrscheinlich noch zwölfmal umpflanzen, von links nach rechts, weil ich einfach noch nicht so ganz zufrieden bin, wo die sich befinden. Jetzt ist die Kniescheibe zum Beispiel viel zu lang und damit können wir aber arbeiten. Also das heißt, wichtig ist, dass eine Vertiefung erstmal da ist, dass eine Abgrenzung zu den anderen Muskeln oder zu dem anderen Gewebe existiert. Zurechtziehen können wir sie dann im Nachhinein, wie in dem Fall. Und wir kommen auch immer wieder zurück auf unsere ursprünglich angezeichnete Form, zumindest am Anfang, während wir noch nicht den Mirror aktiv haben. Hier brauchen wir noch Material und natürlich zurechtziehen. Das Ganze ist jetzt so ein bisschen freihändig. Später werde ich dann noch die vorher angezeichneten Muskelstränge, die ich mir über ein Hintergrundbild und dann die Annotations schon mal gesetzt habe. Das ist hier der Fall. Und da zeige ich dann auch, dass das ist so dieser typische Fall, dass alles wieder in die richtige Richtung gezogen werden muss. Also wie in diesem Fall hier, dass die obere Trennung bis hin hinter zum Bizeps, dass die wieder einigermaßen passt. Die grobe Form. Auch vorne haben wir Muskelstränge vorher angezeichnet und die müssen jetzt wieder ungefähr in die richtige Richtung. Aber sobald wir schon mal eine Trennung, eine Segmentierung zwischen den Paketen haben, ist es auch kein Problem, sie nach links und rechts zu schieben. Und sobald ihr merkt, okay, irgendwo ist wieder ein Stretch drinnen, gleich wieder einen Voxel-Remesh draufsetzen, dass es passt. Wir haben hier eine starke Kurve in dem Schienbein. Das ist, wenn man es aus dem Kopf sculptet, vergisst man oft, dass dieses komplette Bein eigentlich immer nur aus Kurven und Konterkurven besteht. Es ist komplett gebogen. Da ist nicht ein gerader Teil dabei. Das einzige Gerade sind die leichten Flächen auf den Muskeln. Das ist auch ein Tipp, den wir später nochmal anschneiden werden. Der Scrape Brush hilft, denn die Muskeln sind nicht rund. Die sind meistens abgeflacht gegen die Außenkante. Und das sehen wir dann auch später nochmal. Hier ist jetzt nochmal die Nachdefinierung und die Größenverteilung von den Muskeln. Ganz wichtig, dass wir auch immer wieder glätten, damit wir hier nicht zu stark rausgehen. Hier haben wir jetzt den Scrape Brush, damit die Muskeln wieder etwas flacher werden. Das ist ganz wichtig für den Realismus. Aber auch, dass wir die Proportionen richtig haben und nicht am Ende einfach nur noch ein einbeuliges Objekt haben. Denn Beulen schauen kaum raus an diesem Bein. Immer wieder mit dem Scrape Brush nachgelätten. Aber hier ganz homeopathisch anwenden, ganz kleinen Mengen zu viel. Und ihr habt einfach wieder nur einen flachen Lehmklumpen. Jetzt haben wir schon mal unsere grobe Form. Jetzt glätten wir das Ganze nochmal ein Stück nach. Gucken wir uns das immer wieder an. Also es ist immer wieder Abstand zum Objekt. Ran ans Objekt arbeiten. Wieder Abstand und Gegenprüfen. Von allen Seiten beleuchten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr dort nicht den Sinn für das Gesamtbild verliert. Und danach habt ihr auch keinen Blick mehr für eure Referenz. Hier ist mir aufgefallen, dass einfach die verschiedenen Muskelstränge sich einfach durch dieses, durch den Grab Brush wieder in die falsche Richtung gezogen haben. Und sie haben ihre Segmentierung verloren, ihre Unterteilung, ihre Separierung. Das muss wieder nachgezogen werden. Und das ist eben ein Prozess, der besonders, wenn man, so wie ich, noch nicht viele Körper gesculptet hat, immer wieder durchlaufen werden muss. Und immer wieder gegenprüfen. Es kann helfen, wenn man ein Referenzmaterial in den Hintergrund setzt und dort darauf skyptet. Das Schwierige ist, Referenzmaterialien zu finden, die komplett in der Iso-Perspektive aufgenommen sind. Und das ist eigentlich fast nicht möglich, dort die gleiche Linsenkrümmung, also die gleiche Krümmung durch die Kameraperspektive zu finden, wie Blender in der orthografischen Frontansicht hat. Und von daher hat man eigentlich immer irgendwelche Verschiebungen. Achtet da einfach auf euer Gefühl. Macht kleinere Pausen beim Skalpen und ihr werdet relativ schnell merken, wie sich so eine Blindheit beim Skalpen einstellen kann. Wir haben erst in einen ziemlichen Hohlraum neben den Schienbeinknochen gesetzt, den wir jetzt Stück für Stück auffüllen, ohne die grobe Form zu verlieren. Lasst euch auch nicht davon beirren, wenn verschiedene Teile noch sehr klumpig aussehen. Während ihr Material auftragt, verändert sich einfach in der Seitenansicht oder Frontansicht das, was ihr gerade nicht anschaut, die gesamte Form. Ganz komisch. Und ihr habt einfach Schwierigkeiten am Ende dann den Weg zu finden. Schaut, dass ihr dort immer wieder einmal um das ganze Objekt rum geht. Lasst euch nicht beirren. Es lässt sich alles wieder in die richtige Richtung ziehen. Hier haben wir eine Separierung zwischen den zwei Paketen der Wadenmuskulatur. Achtet da auch drauf, dass ihr die Trennung einigermaßen beibehaltet. Die ist auch für den Realismus sehr wichtig. Und dass ihr die geschwungenen Formen und Kanten beibehaltet. Hier zum Beispiel habe ich komplett beim hinteren Beinbeuger, also bei diesem Bizeps, komplett verloren, wie die Form eigentlich vorher war. Kurz hinziehen und es passt wieder. Also lasst euch da nicht beirren. Den Übergang zur Hüfte ein bisschen nach oben ziehen. Auch ganz wichtig später, damit wir oben nicht einfach nur so leichte Andockstellen haben, sondern dass es wirklich nach oben in den Oberkörper reingeht. Einen Mirror drauf, damit wir jetzt schon mal einige Fehler wieder gut machen können, die im einzelnen Bein nicht sichtbar sind. Das sind jetzt gerade die Übergänge, Abstand zum zweiten Bein. Ganz wichtig, dass ihr jetzt auch mit dem Mirror arbeitet. Wir haben übrigens keine Symmetry während der kompletten Arbeit drin. Ganz wichtig. Symmetry braucht ihr im nächsten Fall überhaupt nicht. Dieses Bein ist alles andere als symmetrisch. Ihr seht auch die innere, also beim Oberschenkel, die Muskulatur, die nach innen zeigt. Die ist ein ganzes Stück unter die Kniescheibe gezogen. Also die geht unter die Kniescheibe, weiter nach unten. Und der körperaußende Teil ist ein ganzes Stück über der Kniescheibe. Das Gleiche ist auch bei der Wadenmuskulatur der Fall. Nachdem wir jetzt so weit sind, machen wir wieder eine komplette Übersicht. Wir gucken uns alles wieder an. Ist aus jeder Form die Silhouette in Ordnung. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Kniekehle vergessen. Noch einmal nachziehen. Diesen Hohlraum noch ein bisschen ausarbeiten. Leichten Übergang. Aber nicht in Details verlieren. Nicht in diesem Stadium. Wir haben auch später, nachdem das Ganze wieder verbunden ist, noch die Möglichkeit, Proportionen anzupassen. Wir haben die Möglichkeit, verschiedene von diesen Übergängen nochmal komplett umzugestalten. Hier sehen wir zum Beispiel hinten am Steißbein, wo es rüber geht zu den Oberschenkelansatzstellen bis über den Hintern. Das Ganze hier lässt sich komplett noch verändern. Also wir ziehen hier bloß eine grobe Form hin, damit wir es später ein bisschen leichter haben. Und gucken, dass sich dieses Mesh, wenn wir es einmal verbinden, zumindest nicht in sich komplett stört. Das bedeutet, dass die Oberschenkel und der einzelnen Objekte nicht so weit aneinander sind, dass sie sich gegenseitig behindern, wenn wir sie dann zusammenmergen. Weil die Oberschenkel sollten getrennt sein. Wir werden den Übergangsbereich vom Oberkörper zu jedem einzelnen Oberschenkel getrennt verbinden. Und das ist eben ganz wichtig. Das werden wir nachher nochmal sehen. Da arbeiten wir das Ganze noch ein bisschen aus. Schauen, dass wir hier ungefähr eine runde Popobacke hinbekommen. Das Schienbein ist noch ein bisschen arg gekrümmt. Gucken wir, dass das noch einigermaßen ordentlich ist. Und die Proportionen sind auch etwas, was wir im Nachhinein nochmal ändern können. Sollt ihr jetzt aber schon mal beim Betrachten nicht stören. Es sollte einigermaßen passen. Schaut euch auch andere Referenzmaterialien an. Und jetzt werden wir schauen, dass wir das Ganze hier noch ein bisschen auftrennen, ein bisschen auseinanderziehen und dann im Objektmodus zurück wechseln auf den Oberkörper, um dann das Verbundmaterial nach unten zu ziehen. Jetzt werden wir das mit einem recht großen Pinsel so groß wie möglich nach unten ziehen, denn da ist unsere Undockstelle. Am Ende wird sich ja der untere Rücken bis ganz nach unten ziehen, damit wir dort eine Einheit bilden. Auch vorne müssen wir noch nacharbeiten. Die Übergänge müssen auch nicht besonders glatt sein. Wenn wir das später miteinander verbinden, dann müssen wir nur einmal mit glätten drüber und wir haben eine butterzarte Einheit. Es muss sich nur sauber schneiden, sodass wir einen Übergang haben, der sauber ist. Deswegen werden wir auch gleich in den Oberkörper reinsehen und gucken, ob das Ganze in sich getrennt ist, dass es geschnitten werden kann. Das werden wir gleich jetzt machen. Da sehen wir, die Oberschenkel liegen einmal komplett drinnen, schneiden sich kein zweites Mal und genau damit können wir arbeiten. Jetzt können wir den Mirror anwenden, damit wir zwei einzelne Objekte haben. Die trennen wir, dass wir jetzt einen linken und einen rechten Oberschenkel haben. Was ich falsch gemacht habe, ich habe sie jetzt nicht benannt. Prüft auch, ob irgendwo noch Mesh dazu ist und dann werden wir schon fertig. Ihr könnt stolz auf euch sein, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, fehlen nur noch die Hände und die Füße. Danach werden wir alles verbinden und dann die Proportionen prüfen. Dann werden wir alles nochmal zurecht drücken und die Übergänge nachscalpen. In dieser Bereich hier ist es natürlich noch völlig falsch und auch die Handgelenke werden nicht passen und auch die Fußgelenke noch nicht. Aber das Ganze werden wir erst machen, wenn alles verbunden ist. Dann werden wir nochmal die Gesamtproportionen prüfen, ob das soweit funktioniert. Und danach, wenn die Übergänge glatt sind, schauen wir uns an, was wir mit unserem High-Poly Skype noch alles anstellen können. Diese Reihe wird noch relativ lang. Ich freue mich, wenn ihr durchhaltet. Es wird sich auf jeden Fall für euch lohnen. Wenn ihr irgendeine Hilfe benötigt oder nicht weiterkommt oder ein Feedback wünscht, dann kommt auf unseren Discord-Server und ich helfe euch persönlich oder die anderen über 100 3D-Artists, die wir bei uns haben. Kommt zu uns und stellt einfach eure Fragen.